Ich bin Shirin, ich bin jetzt seit drei Jahren hier bei QVC als Moderatorin tätig. Irgendwie war QVC immer wie so ein Rauschen bei mir so im Hinterkopf. Also kennt man ja natürlich vom Fernsehgucken, man zappt da immer durch, man bleibt da immer hängen. Und irgendwie habe ich gesagt, ich möchte da mal hin und habe mich beworben und es hat wirklich super schnell geklappt. Ich hatte den Job sofort nach dem Casting und es hat mich auch jetzt nach drei Jahren, dadurch, dass mir die Arbeit so Spaß macht, einfach bestätigt, dass es genau das Richtige für mich ist. Aber ich habe noch nie bei QVC bestellt gehabt damals, erst seitdem ich hier arbeite. In drei Jahren habe ich schon viele Produkte präsentieren dürfen. Das sind bestimmt ein paar tausend, ja, vielleicht, ich würde jetzt vielleicht mal grob schätzen 10.000. Wir haben viele tolle Marken bei QVC, das muss man wirklich sagen. Aber eine, die mir jetzt gerade im Leben und im Alltag sehr viel erleichtert hat, ist Absolut Dyson. Ich liebe gerade die Hairstyling-Produkte, weil es wirklich mehr Glanz gibt, es ist effektiver, ich verbrenne mich nicht mehr und ich habe ein kleines Kind zu Hause. Das heißt, Haare föhnen ist für mich einfach kein Akt mehr. Ich freue mich sehr hier bei Dyson beim innovativen Hairstyling. Also, das klingt jetzt blöd, aber es hat mein Leben verändert im Alltag und wesentlich vereinfacht. Ich habe keine Sekunde bereut. Das Einzige, was ich bereut habe, war, warum ich mir den nicht schon viel früher zugelegt habe. Wieso habe ich denn nur fünf Sterne? Ja, ich kann gar nicht ausdrücken, wie wirklich Dyson in der Form meinen Alltag verbessert hat. Also, Top fünf Sterne mit Plussternchen nochmal mit oben drauf. Für mich wirklich total revolutionär zu Hause. Also, es hat wirklich mein Leben einfach vereinfacht, absolut in jeglicher Hinsicht, für die ganze Familie. Und da nehme ich auch gerne mal ein bisschen mehr Geld in die Hand, wenn ich wirklich langfristig einfach so tolle Ergebnisse zu Hause habe und auch sehr viel Zeit spare. Das war meine 5 Sterne Bewertung und eure top bewerteten Marken sehen wir am 19.07. live bei uns im TV.